ChatGPT wird mittlerweile von so ziemlich jedem genutzt. Allein im Januar 2023 erreichte ChatGPT über 100 Millionen Nutzer und ich bin sicher, auch du hast ChatGPT schon genutzt oder zumindest davon gehört. Oft holen User aber nicht das Maximum aus der KI raus, ganz einfach, weil sie die falschen Prompts bzw. die falschen Anweisungen nutzen und genau das ändern wir in diesem Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Maximum aus ChatGPT herausholen kannst und wie du deinen Workflow mit ChatGPT auf ein neues Level hebst. Mehr als 40 Millionen Euro Das sogenannte Darknet Als die Fahnder zuschlagen, stellen sie bei den Angeklagten rund eine halbe Million Euro Bargeld, mehrere teure Autos und einen hohen sechsstelligen Betrag in Bitcoin-Währung sicher. Der dunkle Bereich des Internets Und irgendwann klingst du an der Tür und du kannst deiner Mutter erklären, dass du jetzt in der Haft muss erst mal. Die wahre Geschichte hinter einem der größten Darknet-Marktplätze der Welt Wall Street Market Das Buch Jetzt erhältlich Eine große Schwäche von ChatGPT ist, dass das Sprachmodell nur auf Daten bis Ende 2020 zurückgreifen kann. Und ChatGPT hat auch nicht die Möglichkeit, auf das Internet zuzugreifen. Das heißt, das Modell ist beschränkt auf diese Daten und diese mittlerweile ja schon ziemlich veraltet. Und ChatGPT wäre ziemlich viel mächtiger, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass das Sprachmodell auf das Internet zugreifen kann. Und Leute, genau diese Möglichkeit gibt es auch. Mit der Browser-Erweiterung ChatGPT-Web machst du es ChatGPT möglich, auf das Internet zuzugreifen. Und die Erweiterung ist ganz einfach installiert, sie ist für Firefox und Chrome erhältlich und glaub mir, das macht einen riesen, riesen Unterschied. Wenn ich ChatGPT zum Beispiel nach dem Wall Street Market suchen lasse, dann spuckt es mir ohne Internetverbindung einfach eine Lüge aus bzw. Daten, die einfach nicht stimmen. Nutze ich aber ChatGPT-Web, dann greift das Sprachmodell auf das Internet zu und hat so eben aktuelle Informationen, die auch stimmen. Und das Coole ist, du bekommst eine Zusammenfassung und es werden auch die Quellen angegeben. Und das hebt natürlich die Arbeit mit ChatGPT auf ein ganz anderes Level. Deswegen Leute, bevor wir anfangen, installiert auf jeden Fall dieses Plugin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass viele ChatGPT nicht richtig nutzen und deswegen eben auch nicht die Ergebnisse bekommen, die sie gerne hätten. Und das liegt zum größten Teil eben daran, dass nicht die richtigen Prompts bzw. Anweisungen genutzt werden. Aber es gibt eine Ressource für richtig, richtig gute Prompts, die dir helfen, ChatGPT effizienter nutzen zu können. Auf GitHub findest du eine Repo namens Awesome ChatGPT Prompts und da sind über 100 verschiedene Prompts dabei, von Marketing bis Copywriting und so weiter. Also alles Mögliche. Und ja, die Prompts sind auf Englisch, aber da gibt es einen kleinen Trick und den zeige ich dir jetzt. Hast du eine passende Prompt gefunden, geh einfach auf deepl.com. Das ist ein AI-Übersetzer und der funktioniert richtig gut. Hau die Prompt da rein und dann kannst du die deutsche Prompt nutzen. Vielleicht musst du noch ein, zwei Anpassungen machen, aber die Ergebnisse sind eigentlich immer ziemlich gut. Ich habe mir zum Beispiel eine Prompt rausgesucht, die ChatGPT als Reiseführer agieren lässt. Das Ganze habe ich mit DeepL übersetzt und dann in ChatGPT eingefügt. Und ich habe die KI nach passenden Ausflugszielen in der Nähe von Istanbul gefragt und die KI agiert jetzt als Reiseführer und gibt mir passende Sehenswürdigkeiten und Reiseziele aus. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie man mit den richtigen Prompts wirklich richtig gute Ergebnisse erzielt. Und dir ist vielleicht aufgefallen, dass ChatGPT in diesem Beispiel dazu aufgefordert wurde, als Reiseführer zu agieren. Und genau diese Strategie ist eine Möglichkeit, um deine Prompts besser zu machen. Gebe ChatGPT Personas. Was meine ich damit? Du willst ChatGPT Marketing-Texte erstellen lassen, also sage ChatGPT, dass es ein Marketing-Experte ist. Du brauchst Motivation, also lass ChatGPT als Motivationscoach agieren. Denn wenn du der KI die Anweisung gibst, als bestimmte Person zu agieren, dann sind die Ergebnisse wirklich viel, viel besser. Und wir gucken uns das jetzt mal anhand von dem Beispiel an. Ich möchte eine Werbekampagne für ein Produkt erstellen und ich möchte, dass ChatGPT mir dabei hilft. Also sage ich ChatGPT, dass es jetzt als Werbe-Experte agieren soll. Und die Prompt könnte ungefähr so aussehen. Ich möchte, dass du als Werbe-Experte agierst. Du entwirfst eine Werbekampagne für ein Produkt oder eine Dienstleistung meiner Wahl. Du wählst eine Zielgruppe aus, entwickelst Kernbotschaften und Slogans, wählst die Medienkanäle für die Werbung aus und entscheidest, welche zusätzlichen Aktivitäten notwendig sind, um deine Ziele zu erreichen. Meine erste Aufgabe lautet, ich brauche Hilfe bei der Entwicklung einer Werbekampagne für ein neuartiges Erfrischungsgetränk, das sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren richtet. Und als Antwort erhalte ich eine Werbestrategie, die genau auf mein Produkt zugeschnitten ist, mit Kernbotschaften, Werbeslogans, weiteren Aktivitäten und so weiter. Und das Ergebnis ist schon ziemlich geil. Und genau diese Art von Prompts kannst du natürlich für ganz verschiedene Aufgaben nutzen. Du kannst der KI sagen, dass sie als Werbe-Experte agieren soll, als Cyber-Security-Spezialist und so weiter. Und unter dem Video habe ich dir eine Notiz verlinkt, die dir zeigt, welche Personas ChatGPT noch so annehmen kann. Und damit kommen wir zur nächsten Strategie, dem Data-Priming. Was bedeutet Data-Priming? Data-Priming bedeutet nichts anderes, als dass du ChatGPT, bevor du ihr eine Anweisung gibst, mit relevanten Daten fütterst. Einfach, dass die KI eine Grundlage hat, auf der sie dir helfen kann. Ich möchte zum Beispiel ein paar coole Start-Up-Ideen von der KI. Und anstatt ich die KI jetzt einfach ganz plump nach Ideen frage, kann ich sie vorher auch mit relevanten Informationen füttern. Und glaubt mir, das Ergebnis ist tausendmal besser. Ich suche mir also einen Artikel über die erfolgreichsten Start-Ups. Und ich habe einen Artikel gefunden über die zehn erfolgreichsten Start-Ups 2022. Und genau mit diesem Artikel will ich ChatGPT jetzt füttern. Zuerst muss ich die KI aber setten. Das heißt, ich muss ihr sagen, was sie machen soll, was auf sie zukommt. Und das mache ich mit folgender Prompt. Du bist ein erfahrener Start-Up-Experte. Du bist darauf spezialisiert, Start-Up-Chancen zu identifizieren, die die größte Chance haben, innerhalb von 24 Monaten eine Bewertung von eine Million Euro oder mehr zu haben. Ich werde dir aktuelle Daten von aktuellen Unternehmen geben, die über eine Million Euro wert sind. Ich möchte, dass du diese Daten mit deinem bereits existierenden Wissen kombinierst, um Start-Up-Ideen zu generieren. Gebe diese Ideen als Tabelle mit den Spalten Idee, Bereich, Beschreibung aus. Wenn du das verstanden hast, antworte nur mit Ja, Sir. Und ChatGPT antwortet mit Ja, Sir. Perfekt. Jetzt ist die KI gesettet, also vorbereitet. Ich haue den Artikel komplett da rein und jetzt generiert mir ChatGPT eine Antwort. Und diese Antwort hat einfach eine brutal gute Qualität. Ich bekomme eine Tabelle zurück mit den verschiedenen Ideen, mit der Beschreibung, mit der Branche und so weiter. Und ihr seht, mit dieser Methode erzielt ihr einfach viel, viel bessere Ergebnisse, weil die KI eben mehr Daten hat, mit denen sie arbeiten kann. Und das Thema Daten bzw. Informationen ist auch der Schlüssel für die nächste Strategie. Nämlich, lass ChatGPT Fragen stellen. Was meine ich damit? Anstatt du ChatGPT eine plumpe Anweisung gibst, kannst du die KI dazu auffordern, dir vorher relevante Fragen zu stellen, damit sie eben mehr Informationen zur Verfügung hat. Und ich zeige dir das anhand von einem konkreten Beispiel. Ich suche einen Job, ich weiß aber nicht, was ich machen soll, welchen Karriereweg ich einschlagen soll. Also lasse ich mir von ChatGPT helfen und zwar mit dieser Prompt. Agiere als Berufsberater. Ich bin daran interessiert, verschiedene Karrieremöglichkeiten zu erkunden und möchte mich beraten lassen, um den richtigen Karriereweg für mich zu finden. Du sollst zuerst fünf Fragen stellen, eine Frage pro Gespräch. Warte dabei immer auf meine Antwort und stelle dann die nächste Frage. Sei interaktiv, um mehr über meinen Hintergrund, meine Interessen und Ziele zu erfahren. Anhand dieser Informationen sollst du in der Lage sein, mir sehr persönliche Informationen über eine breite Palette von Berufen zu geben, einschließlich der Ausbildung, die für jede Art von Positionen erforderlich ist. Du sollst auch in der Lage sein, Ratschläge zu geben, wie man diese Karrierewege plant und darauf hinarbeitet. Du solltest auch in der Lage sein, Hinweise zu geben, wie man verschiedene Berufe erkundet und recherchiert, wie man einen Karriereplan erstellt und wie man sich bei der Arbeitssuche orientiert. Und bevor ChatGPT jetzt einfach loslegt und mir random irgendwelche Karrierewege vorschlägt, stellt sie mir erstmal Fragen, um mehr über meine Hintergründe und auch darüber zu erfahren, was ich überhaupt machen will. Ich habe also einen kleinen Chat mit der KI und nachdem ChatGPT diese Infos von mir hat, erstellt sie mir eine Ausgabe, die auch wirklich zu meiner Anfrage passt und eben auch zu meinen Interessen. Du siehst, wenn du ChatGPT Fragen stellen lässt, dann ist die Qualität der Antworten einfach viel, viel besser. Und das ist was, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du eine Anweisung planst, wenn du ChatGPT dir helfen lassen willst, dann lass die KI Fragen stellen. Du kannst an einer Anweisung zum Beispiel immer anhängen. Wenn nötig, stelle mir Fragen, die dir helfen, eine persönlichere, genauere Antwort zu geben. Und die letzte Strategie, die wir uns anschauen, die ist sehr mächtig, nämlich das sogenannte Reverse Prompt Engineering. Und Reverse bedeutet umgekehrt und im Fall von ChatGPT heißt das, wir geben ChatGPT einen Text, einen Artikel und wir möchten, dass ChatGPT eine Prompt, also eine Anweisung erstellt, die wir nutzen können, damit die KI einen solchen Text erstellt. Du willst zum Beispiel einen Artikel schreiben und du hast einen Artikel, der dir sehr gut gefällt, von der Tonalität, von der Länge, vom Schreibstil und so weiter. Dann nimmst du diesen Text, fütterst die KI und sagst ihr, sie soll dir eine Prompt erstellen, die diesen Text reproduziert. Und das kann ziemlich nützlich sein. Und ich zeige dir das jetzt mal anhand von einer Kurzgeschichte. Ich habe eine rausgesucht, aber auch hier müssen wir erstmal ChatGPT setten. Also gebe ich folgende Anweisungen. Lass uns über Reverse Prompt Engineering reden. Mit Reverse Prompt Engineering meine ich, dass du eine Anweisung für ChatGPT aus einem Text erstellst, den ich dir zur Verfügung stelle. Ich werde dir einen Text geben. Bitte gebe mir einen Prompt Vorschlag aus, der auf der Syntax, der Sprache, dem Stil und allen weiteren Parametern des Textes beruht. Ich möchte, dass du eine Prompt erstellst, die diesen Stil reproduziert. Nachdem ich dir den Text gegeben habe, gibst du mir nur eine Anweisung aus, die ich dir geben kann, damit du mir diesen Text generierst. Wenn du das verstanden hast, dann antworte mit Ja, Sir. Die KI antwortet mir mit Ja, Sir. Perfekt. Ich kann die KI jetzt mit dem Text füttern. Ich kopiere also in meinem Fall einfach die Kurzgeschichte rein. ChatGPT analysiert das Ganze und gibt mir einen Text aus, der sehr, sehr nah an dem ist, was ich eingegeben habe. Und genau das ist eben Reverse Prompt Engineering. Ich gebe was rein und die KI erstellt mir eine Prompt, die eben genau einen solchen Text erstellt. Und das kann, wie ihr euch denken könnt, ziemlich nützlich sein. Wenn euch das Thema Reverse Prompt Engineering interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Comments. Da kann ich gerne auch nochmal ein ausführliches Video drüber machen. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, effektiver mit ChatGPT zu arbeiten. Und ich habe euch unter dem Video noch eine Notiz verlinkt. Und da findet ihr verschiedene Prompts und auch verschiedene KI-Tools aufgelistet. Ja und wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und dann würde ich sagen, gerade bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.